Es geht ja nicht darum, das Virus einfach laufen zu lassen, aber wir haben Maßnahmen getroffen und wir sehen, dass eine Maßnahme wirkt. Dafür braucht man Zeit. Das dauert einfach 10, 14 Tage, bis wir sehen, dass eine Maßnahme überhaupt einen Einfluss hat. Wir haben in Deutschland eine Maßnahme nach dem anderen eingeführt, bevor wir uns eine Maßnahme angeschaut haben, ob sie einen Effekt hat. Ich sage auch, dass die ersten beiden Maßnahmen waren ja auch richtig. Ob man dann am Ende wirklich eine Ausgangsbeschränkung braucht, das habe ich infrage gestellt.